Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge hier in Minecraft. Es ist eigentlich immer lästig, wenn man selber in der Stadt rumfahren muss. Dafür gibt es aber natürlich die Abhilfe und zwar Taxis. Leider habe ich in meiner Stadt noch keine. Das wollte ich heute mit dieser Folge ändern, damit wir auch hier ein bisschen rumgefahren werden können. Müssen wir es erstmal bauen, von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für den Start holen wir uns erstmal wieder schwarzen Beton raus, Steinknöpfe, glatte Steinstufen, ein Schmelzofen, gelber Beton, Steinziegeltreppen, schwarzes Glas, gelber Teppich wie schwarzer Teppich. Beginnen wir erstmal mit den Vorderrädern. Die setzen wir uns natürlich nebeneinander einmal hin. Nach hinten lassen wir drei Blöcke Platz, setzen unsere Hinterräder hin. An den Seiten könnt ihr jetzt ganz einfach hier schon mal unsere Felgen darstellen mit den Knöpfen. Wenn wir das haben, können wir jetzt einmal auf der Vorderseite und Rückseite unsere glatten Steinstufen überstehen lassen. An den Seiten wollen wir es natürlich hier noch einmal ein bisschen verstärken. Und wenn wir das haben, geht es schon ran, dass wir jetzt die Kasserie bauen. Das heißt, wir setzen vorne unseren Motor einmal hin. Und auf unseren Stufen können wir überall einmal hier unsere Betonblöcke einmal setzen. Weiter machen wir nochmal einmal in der Mitte eine weitere Reihe hin. Und dann würde ich sagen, wechseln wir mal kurz vor unseren Treppen. Die platzieren wir einmal über unseren Rädern. Danach schnappst du dir gleich einmal dein schwarzes Glas. Platzierst es einmal auf der Vorderseite und auf der Rückseite hier von unserer Strebe. Zwischen unseren Rädern hier hinten setze ich in der Mitte nochmal einen weiteren Glasblock. Und an den Seiten einfach einen Betonblock. Nun können wir das Ganze auch noch ein bisschen mehr verkleiden. Das heißt, ich verpasse jetzt mein Taxi so einen schwarzen Rennstreifen einfach mal in der Mitte. Und an den Seiten setze ich mir dann hier einfach noch meinen gelben Teppich. Somit können wir denn hier einmal unsere Blöcke wieder austauschen. Um das Taxi jetzt abzuschließen, holen wir uns noch ein bisschen klein Zeug. Zum einen könnten wir auf unserem Taxi noch eine kleine Werbetafel darstellen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach mal glatte Quarztreppen. Auf der Vorderseite können wir noch ein paar Scheinwerber darstellen. Einfach mit ein paar schwarzen Knöpfen. Wir könnten einen Stolperdachhaken nehmen, um an den Seiten jetzt von unserem Auto natürlich noch ein paar Türgriffe zu platzieren. In der Mitte davon machen wir einfach mal das Taxi-Schild. Da schreibt ihr dann auch ganz einfach euer Taxi-Unternehmen rauf. Ich lasse es jetzt einfach mal nur bei Taxi, dass es einfach ist. Auf der anderen Seite mache ich das auch nochmal das Schild. Und dann kommen wir schon zur Rückseite. Hier würde ich mal sagen, könnten wir vielleicht noch so eine kleine Antenne uns einmal anbasteln mit einem Hebel. Machen unsere Rücklichter mit roten Knöpfen einmal hin und vielleicht noch einen Auspuff. Unser Taxi fährt jetzt hier durch die Straße, lädt schon ein paar Gäste ein. Ich selber bin jetzt auch schon ein paar Runden gefahren. Kann ich einfach nur weiterempfehlen. Wenn das Video natürlich Spaß gemacht hat und du noch weitersehen willst, dann schau mal bei uns in die Infobox. Da habe ich noch ein bisschen was zusammengestellt. Andernfalls vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Bleibst immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns bestimmt wieder zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, haut's rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.